Ich glaube tatsächlich, dass es schon eine gewisse Zeit her ist, dass ich mal Danke Hoyoverse gesagt habe, aber Danke Hoyoverse. Und zwar für das Trading Card Game, Table Card Game, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Denn es kam gestern raus und holy moly bin ich süchtig. Also ihr wisst, wie ich das meine. Also mir persönlich macht es unglaublich viel Spaß. Mein Sammeldrang-Trieb ist direkt geweckt. Ich will mehr Karten haben. Ich will mehr Decks bauen. Ich will Dinge ausprobieren und ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal so viel Spaß mit Genshin Impact hatte, ohne Genshin Impact richtig zu spielen. Ich war gestern stundenlang in Genshin, habe natürlich ein bisschen gefarmt, also die Artefakt-Domain und bin dann ins TCG gegangen und habe nur noch Karten gespielt. Und dann sind irgendwie zwei, drei Stunden vergangen und man guckt auf die Uhr und denkt so, Alter, du hast gerade drei Stunden Genshin gespielt, aber du hast Karten gespielt. Das ist ein total komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber ich finde es cool. Also ich finde es krass, dass Hoyo Versus es geschafft hat, mich so zu catchen. Und so geht es vielen auch. Ich habe bei uns im Discord einfach mal ein Ohr reingehalten, einfach mal geguckt, okay, was schreiben die Leute so dazu. Und viele schreiben genau das. Das hat mich mega gecatcht. Und ich habe heute stundenlang nur Karten gespielt und war noch gar nicht farm. Ich war noch nicht mal in der Domain und so. Das waren so Kommentare von einigen Leuten. Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Was ich sagen muss, was ein absolutes Pluspunkt von diesem Kartenspiel ist, ist aus meiner Sicht wirklich so die Art und Weise, wie komme ich an die Karten ran. Es hat nichts mit Gacha zu tun, es hat nichts mit Pack Openings zu tun und so weiter. Viele von uns hatten da Angst vor, dass es so kommen wird. Aber es ist nicht so. Und das finde ich geil. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, wenn man zum Beispiel Hearthstone spielt oder wenn man Yu-Gi-Oh! spielt. Natürlich sind diese Spiele komplett darauf ausgelegt. Aber für die Leute, denen das too much ist, also die jetzt auch nicht in das Regelwerk dort einsteigen wollen, in diese ganze Vielfalt, das ist ja auch über Jahre gewachsen, so was da ist. Wenn man das Ganze geil findet, ist aber too much ist. Und man spielt eh Genshin und man mag so dieses Abgespeckte. Dann ist das Trading Card Game und Genshin Impact wirklich genau was für dich. Und so geht es mir halt. Weil ich schon immer fasziniert war von Trading Card Games, Table Card Games. Ich aber nie so richtig reingekommen bin. Und das ist für mich natürlich jetzt gerade einfach nur wie Weihnachten, ein Vorweihnachtsgeschenk, dass ich dieses Kartengame in Genshin bekomme, was ich eh schon seit zwei Jahren spiele mit einer kleinen Pause zwischendurch. Das finde ich sehr nice. Natürlich müssen wir abwarten, ja. Den ganzen Hype, der jetzt schon entstanden ist oder der schon da ist meiner Meinung nach, selbst nach 24 Stunden erst. Wir müssen natürlich abwarten, in welcher Geschwindigkeit sich das Ganze entwickelt. Wir haben jetzt einen Teil bekommen, wir haben einen Teil von Karten. Wir wissen, dass noch viele Karten fehlen. Dann muss man natürlich schauen, wie schnell liefert Hoioverse die nach. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so ist wie mit den Skins. Wir wissen ganz genau, in was für einer Geschwindigkeit die Skins releasen. Ich hoffe, sie releasen Karten schneller. Ich hoffe, sie schaffen es, viel, viel besseres Kartengame in unsere monatlichen Patches einzubauen. Besser noch im Vergleich zu der Kanne als Beispiel. Viel, viel besser als die Skins. Das ist meine Hoffnung und mein Wunsch. Ja, weil sonst ist es natürlich ein super Hype am Anfang und dann bricht das Ding einfach komplett ab. Schauen wir uns das Angeln an. Das Angeln ist irgendwie nur einmal im Jahr notwendig, wenn ein neuer Patch kommt. Also neue Major Release und es dann eine neue Waffe zu angeln gibt. Wenn die Waffe dann auch noch schlecht ist, so wie dieser komische Fischbogen jetzt, dann angel ich nicht mal. Ich finde Angeln eh in allen Spielen schlecht. Auch so in Genshin Impact ist einfach nicht meins. Ich mag es halt einfach nur nicht. Deswegen, so, ist Angeln zwar da. Guck mal, wir können jetzt angeln in Genshin, aber ja gut. Es interessiert niemanden bis auf den Fang. Einfach nur den Fang zu holen, der Rest ist egal. Ich hoffe, das machen die mit Trading Card Game nicht. Ich hoffe, dass sie das sehr, sehr gut weiterentwickeln. Kontinuierlich weiterentwickeln. In einer guten Geschwindigkeit, in guten Abständen weiterentwickeln. Um das einfach mitzunehmen. Ja, und um die Leute abzuholen, die da Bock drauf haben. Ich finde, Stand jetzt ist es noch nicht mal irgendwie Zwang, dass man das spielt. Auch für die Leute, die es halt zum Beispiel blöd finden. Und auch die gibt es und auch die haben eine Daseinsberechtigung. Und das muss einfach klar sein, dass es nicht für jeder Mann, jeder Frau ist. Ist ganz normal. Ja, aber das ist einfach meine Hoffnung. Aber nichtsdestotrotz genieße ich aktuell den Moment. Ich genieße es, Genshin Impact anzumachen. Und nicht zu denken, ich muss farmen gehen oder Harz und dann kann ich wieder ausmachen. Ich kann Karten spielen. Macht mir mega viel Spaß. Wir werden es live on Stream spielen. Aber heute kommen erstmal die PULS. Ja, um 19 Uhr bin ich live. Wir werden auf Skadamush pullen, auf seiner Waffe pullen. Hoffentlich springt der Pharrosan dabei raus. Wir werden ein bisschen testen natürlich. Und vielleicht zum Abschluss dann auch noch ein bisschen Karten spielen. Lasst uns mal überraschen. Leute, ihr seid herzlich eingeladen. Schaltet gerne ein. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier natürlich auf YouTube mal wieder. Danke euch für den ganzen Support. Lasst gerne den Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.